Völderschöne Klassenfahrt Völderschöne Klassenfahrt Völderschöne Klassenfahrt Völderschöne Klassenfahrt Völderschöne Klassenfahrt So, herzlich willkommen im Scheidepark Nein! 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 Wir haben gerade noch über sie gesprochen, ne? Was sie an... Hassan, Jerome... Frau Redkowski... Frau Kostmanns, was macht ihr denn hier? Die leben ja doch... Was machst du denn hier Frau Redkowski? Was denn? Frau Redkowski, das ist aber schön Wie sollt ihr denn eine VIP betroffen? Kann ich die mal drücken? Darf ich dich auch mal drücken? Nein, Jerome... Darf ich die mal am Bein drücken? Darf ich die mal am Bein drücken? Ganz ruhig... Hallo, Frau Redkowski ist homosexuell Homosexuell Völderschöne Klassenfahrt 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 Vielen Dank.